so hallo meine lieben freunde nicht wundern der liebte es ist immer noch da richtig aber wir kommen nicht in diese in eine sitzung ja irgendwie geht es einfach nicht warte jetzt lebt er hat 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 ich trink mal was moment wuch what the fuck ja jetzt geht's ja ich bin jetzt schon im spiel drin also ich lade auch gerade stand auf grenz statt wenn sie keine primär oder sekundär waffe in ihrer klasse wählen erhalten sie automatisch das kampfmesser und diese scheißen einfach ich hasse es ist ja wo das ist ein sniper irgendwo aktiv aber der hat mich auch getötet ich warte auf spielstatus ich bin noch mal ladescreen da ist der winzig ja da ist ein macken krabb ein arm wie so ein pokémon pokémon komm schnapp sie dir das müsste es mal so so ein spiel geben catch frauen ja ich spiel ja noch pokémon auf meinem handy schnapp sie dir alle ja schnapp was nein das hat gerade so gepasst so was und dann gab es einen richtigen knall im spiel ich dachte du hast irgendwie auf deine tastatur gehauen oder so ja ich habe nah auf meinen schreibtisch habe ich gehauen also ich dachte ich spiel nein auch fickt mich doch fickt die wand an ihr drecksäcke achtet mal bitte die liebe community achtet mal drauf ich in der dreamtags wir sterben immer gleichzeitig ist recht legendär achtung sterbe oh nein tut mir leid ich bin doch nicht gestorben wir sterben gleichzeitig wir spawnen am selben wir sind zwillinge bruder ist nein hat so eine party halt an sich stirbt man auch mal gleichzeitig ne ja wir sterben recht oft zusammen ja ich bin gerade gestorben du nicht ja aber recht oft ich weiß ich weiß einer ach zwei leute mann ich fordere demokratie oh ich habe ein zweites und sechs mit 500 punkten traurig bist du gut ach leck mich ich habe so einen text in der hand also ich habe den nicht mitgenommen scheiße hey da liege ich ist schon scheiße seine eigene leiche zu sehen hat man schon scheiß gefühl nein das geschützt mann alter ich gehe jetzt da hoch macht das erst mal futsch der hat mich gesehen im fenster wollte in die tür rein und dann bin ich einfach wieder rausgesprungen und habe ihn getötet aber manche gerade die waffe wechselt und wer meine meine marke noch schnell einsammeln ich wurde gerade fast für die leute die gestrige folge nicht gesehen haben zieht ihr euch bitte mal rein die war richtig geil also ich hatte eine helst sommerkette ja und ich hatte sogar ein lodestar das erste mal in diesem fucking game what the hell is going on 5 zu 10 schlecht shikachu heißt da einer das erinnert mich noch mehr an meine pokémon zeit pokémon hast du ja auch ganz viel pokémon gespielt ja das war toll aber das hat mittlerweile richtig nachgelassen also was heißt richtig nachgelassen ich spiele kein pokémon mehr ich schon auf meinem handy aber halt auch nur so manchmal wenn ich im zug allein sitze oder so aber es ist doch wieder ganz nett meiner hat schon echt spaß gemacht ja war schon eine schöne zeit ich hätte eine grenade werfen sollen stehe mal vor so ein opa 64 wieder so im krieg ich glaube ihr seid alle spuren und schützt da um 5 leute mann dieser ticke zu gerne er hat er hat wirklich so pokémon äh label 10 seconds nein ich hätte gerade noch einen getötet fast das wird die bilanz zerstören na ich hätte ja noch gerade fast einen getötet ach nö warum ich die haben alle gecheatet sobald auch wieder level 35 das war ein recht kurzes match machen wir noch eins oder ja aber die folge hat schon über einen gigabyte ne sorry dass das video kurz ist morgen geht es weiter wie immer so was siehst du hier du siehst hier die endcard von meinen videos unter den ganzen titeln bin ich erreichbar auf youtube facebook twitter google plus oder skype bin ich auch erreichbar schreibt mir pns oder sowas was zu gut findest was nicht liken abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten video freut mich wenn du wieder dabei wärst facebook jetzt tc 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 Vielen Dank.